Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen, audiophilen, Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist der Tech Boss und heute habe ich wieder was Geiles für euch. Und zwar diese kleine Box. Yeah, habe ich mir gleich bestellt, oder fast gleich, nachdem ich davon Wind bekommen habe. Und jetzt ist es auch da. Wir schauen uns das jetzt mal ganz genau an. Geht los. Dieses Mikrofon kommt in der Verpackung natürlich mit einem Quick Start Guide. Außerdem bekommen wir ein kleines Rode-Klettverschluss für Kabel. Das ist immer praktisch. Dann bekommen wir eine Tüte. Nicht mit Drogen, aber mit einem Adapter. Und da ist normalerweise noch das USB-Kabel drin. USB-C. Sehr interessant. Dann ist dabei ein Fuß mit Rode-Punkt. Hier und unten mit Rode-Aufdruck, ganz klar. Und mit einem Gummifuß. Steht also schön stabil. Dann das überaus unerwartet schwere und dennoch sehr kleine NT-USB-Mini. Hell yeah! Das ist auf jeden Fall schon mal von der Verarbeitung her anders als die meisten anderen Rode-Mikrofone, die ich habe. Denn wir haben zum Beispiel hier im Grill einen ziemlichen Flex. Also man kann diesen Grill eindrücken. Der scheint aus Kunststoff zu sein. Dann haben wir unten hier einen Knopf. Da kann man drücken, um den Kopfhörer stumm zu schalten. Und außerdem die Kopfhörer-Lautstärke einzustellen. Man kann damit nicht den Mikrofon-Pegel einstellen. Und man kann das Mikrofon auch nicht muten. Das ist schade. Auf der Rückseite haben wir einen latenzfreien Kopfhörer-Anschluss und einen USB-C-Anschluss für das Kabel, wie gesagt. Auf jeden Fall ist dieser Fuß etwas anders, als man es vielleicht erwartet. Genauso wie dieser Schwingarm hier. Ich finde den Schwingarm gut, weil man kann es damit schön positionieren auf dem Tisch. So schräg passt. Und das Ganze ist magnetisch. Das finde ich sehr cool. Zack, hält. 1A. Und es ist gerade so, dass man das Mikrofon bewegen kann, ohne den Magneten zu lösen. Also fast. Man muss ein bisschen dagegen drücken. Ist aber nicht weiter schlimm. Man kann das Mikro einfach auf den Tisch stellen, vor sich hin. Und dann schaut das so aus und wirkt cool. Das mitgelieferte Kabel hat eine Länge von 2 Metern. Und wir stöpseln das Ding einfach mal an. So, wie ihr nun hören könnt, das ist das Rode NT-USB Mini. Wenn man unbeeinflusste Ohren hat, also wenn man das jetzt gerade zum allerersten Mal hört und vorher nur normale Menschen mit sich hatte reden gehabt, getan, getut, getetelt, dann ist dieses Mikrofon merkwürdig auf den ersten Hörer. Weil das ist irgendwie so ohne Bass. Der Sound ist gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht der klassische Road Sound, wo man sagt, das ist voluminös, in den Höhen sehr detailliert und präsent. Und das ist anders. Das ist eher so angenehme, neutrale Mitten. Schöne, klare, detaillierte Höhen. Aber im Bass-Segment ist da nicht so viel los. Dieses Ding hat einen integrierten Pop-Filter, sehe ich nicht so. Da ist einfach nur eher sowas wie ein Low-Cut drin. Ich weiß nicht, ob das eine Beschränkung der Kapsel ist, möglicherweise. Deswegen ist sie auch relativ resistent gegen Plosive. Hört man ja, Plosive, Plosive. Kann aber auch eine interne schaltungsmäßige Restriktion sein. Weiß ich nicht. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Denn wenn ein Mikrofon nicht voluminös klingt, besonders für Stimmen, dann macht es gleich mal so einen günstigen Eindruck auf den Hörer. Aber mal vom Klang abgesehen, die Verarbeitungsqualität ist 1A, habe ich ja schon erwähnt. Die Funktion ist auch, es funktioniert super. Zu den Funktionen, man kann mit diesem Knopf hier vorne, wie schon erwähnt, den Kopfhörer lauter und leiser machen. Das, was man hier reinlabert und was dann als Monitor wieder auf dem Kopfhörer landet, das kann man hier laut und leiser machen. Und man kann da draufdrücken, dann wird das, was man sagt, im Kopfhörer gemutet. Aber das Signal aus dem PC, sprich das Playback-Signal, kommt weiterhin durch und lässt sich auch in der Lautstärke verändern dann. Coole Sache. Im Prinzip ist es das gleiche wie ein Rode NT-USB ohne Mini, nur halt kleiner. Schauen wir mal, was die Tastaturgeräusche so von sich hören lassen. Mal schauen, was wir heute eingeben. Note Pad, Note Abt. Ja, das ist ja gar nicht mal so weit weg. Jetzt werde ich mal ein bisschen tippen und zwar W, A, S und D. Die Tastatur steht schräg links hinter dem Mikrofon. Circa 40 Zentimeter weit weg vom Geklicke ist das Mikrofon und meine Stimme hat ungefähr so viel Abstand. Circa 10 Zentimeter würde ich sagen. Genau. Das ist jetzt natürlich der Optimalfall mit so einem Arm, weil normalerweise ist das ja erstmal ein Tischmikrofon mit dem schönen Fuß hier. Wenn das der Fall ist, dann klingt das in etwa so. So, jetzt habe ich mal das Mikrofon so aufgestellt, als wäre es ein Tischmikrofon und es ist jetzt am Tisch quasi ganz nah dran. Und meine Stimme ist jetzt circa 35 Zentimeter vom Mikrofon entfernt, ist natürlich weniger optimal und auch die Tastatur ist jetzt näher dran. Klingt dann in etwa so, wobei das Mikrofon jetzt relativ genau neben der Tastatur steht und nicht vor der Tastatur, also nicht ganz optimal. Das ist zum Beispiel das NT-USB aus einer relativ großen Entfernung von gut 20 Zentimetern. So hört sich das an. Und das ist das Rode NT-USB aus einer Entfernung von circa 10 Zentimetern. Und das ist das Rode Procaster. Noch ein Rode Mikrofon, das schon eher dem normalen Rode Sound Bild entspricht. Und was ihr hier nun hört, ist das Rode NT-1A. Das ist so der Klassiker unter den geil klingenden, vernünftig gepreisten Mikrofonen. Was soll ich sagen? Es klingt einfach geil. Wer irgendwas anderes erzählt, ist ein scheiß Poser, weil er sagt, dass er nur mit Brauner und nur mit Neumanns arbeitet. Alter Angeber! Langweil mich nicht, lass mich in Ruhe. Das ist auf jeden Fall das NT-1A und sein Sound. Wieder klassisch Rode-typisch. Wenn ich mit dem Ding irgendwo hinfahre, ist das dann ein Rode Trip. Okay, das ist also jetzt das Rode NT-USB Mini. Pegel 90% und Abstand circa 35 Zentimeter auf dem Tisch. Gaming Setup. Ihr hört übrigens natürlich auch gerade meinen Raumhall. Und das ist so, würde ich mal sagen, in etwa Gaming Setup. Hier meine Tastatur. Hier würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen klicken. Das hört man aber bei der Maus nicht, weil die ist lautlos. Und das sind die Klickgeräusche, die in die Aufnahme kommen. Die Klickgeräusche meine ich. Und wenn wir das Mikrofon an einem Arm montieren, was ich mir jetzt an dieser Stelle sparen möchte, dann würde ich das in etwa so montieren. Mal schauen, festhalten nicht, dass es runterknallt. Und ich werde circa 10 Zentimeter von dem Mikrofon entfernt, so wie es Rode empfiehlt. Für Stimmaufnahmen, für Voice-Over, für Studio-Zeugs, keine Ahnung. Und das wäre die Menge an Tastaturgeräuschen, die in die Aufnahme kommen. Ich muss sagen, mir gefällt der Hochton-Bereich von dem Mikrofon schon ziemlich gut. Aber das Volumen nach unten hin klingt halt einfach mal wie eine Blechdose. Das kann einfach nicht wahr sein. Alter, wir nerven jetzt. Hi. Hi Stefan. Dann lass uns mal das Grund rauschen und den Sound checken. Ne? Geht los. Ich bin nun ziemlich genau, diesmal 1,40 Meter vom Mikrofon entfernt vom NT-USB Mini. Jetzt bin ich noch circa 70 Zentimeter vom Rode NT-USB Mini entfernt. Jetzt bin ich noch circa 30 Zentimeter vom NT-USB Mini entfernt. Das sind etwa noch 20 Zentimeter Entfernung zum NT-USB Mini. Das sind in etwa noch 10 Zentimeter vom NT-USB Mini entfernt. Nun habe ich den Pegel auf 70 Prozent reduzieren müssen. Vorher war er auf 88 und da gehen wir nachher auch wieder hin. Aber für den 0 Zentimeter Entfernungstest, das ist wie das Rode NT-USB Mini aus 0 Zentimeter Entfernung klingt. Als nächstes hören wir oder ihr oder ich auch vielleicht mal schauen. Das Grundrauschen des NT-USB Mini. Was ich sagen muss, im Kopfhörer hört sich das Grundrauschen dieses Mikrofons stärker an und sehr viel präsenter, als es tatsächlich in der Aufnahme ist. Wie ihr gehört habt, ist in der Aufnahme bei 88 Prozent Pegel gar nicht mehr allzu viel von dem Rauschen zu hören. Auch wenn man das verstärkt um 20 Dezibel, dann hört man nur reines Rauschen. Da ist kein Spulenfiepen dabei, da sind nicht irgendwelche komischen Schaltgeräusche drin. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Meine Meinung zu diesem Mikrofon ist ein bisschen gespalten. Wenn man Rode hört, dann ist man so im Kopf. Man hat so eine bestimmte Vorstellung, wie sich so ein Rode Mikrofon anhört. Das hat einfach eine eigene Klangcharakteristik. Da ist relativ viel Volumen drin, schöner, druckvoller, tiefer Sound. Dann die Mitten sind meistens leicht abgesenkt, so ein bisschen so irgendwo zwischen neutral und leicht Badewannen mäßig. Und im Hochtonbereich ist meistens noch so eine Schippe draufgelegt, damit es schön klar und crisp klingt. Ich meine, das ist das Rode NT-USB Mini. Das ist zum Beispiel das NT-USB und das ist das Rode Procaster. Und was ihr hier nun hört, ist das Rode NT-1A. Ihr seht, was ich meine. Dieses Mikrofon klingt anders als gewohnt von Rode. Nicht unbedingt schlecht, wie schon zu Anfang erwähnt. Man muss sich nur vorher schon drauf einstellen. Wenn man davon ausgeht, man bekommt den klassischen Sound. Äh, äh, ist nicht. Ich habe jetzt die ganzen technischen Daten übersprungen, weil es ist eh immer dasselbe. 20.000 bis 20.000 Hertz, 120 Dezibel. Grenzschalldruck, weiß der Geier, viel steht sowieso nicht da. Ich war schon auf der Homepage. Was haben wir hier? Cardioid, Nierencharakteristik, klar. Elektret-Kondensator, ja, war klar. Dann deswegen ist auch das Poppen kein Problem. Bus-Powered, logisch USB. 24-Bit-Bit-Tiefe, 48 Kilohertz Samplingrate. Hier 121 Dezibel. Grenzschalldruck, habe ich ja gesagt, 120, geht ab Mac OS 10.12 und Windows 10. Ich bin mir sicher, das funktioniert auch mit Windows 7 und 8. Das Ding wiegt außerdem 585 Gramm und das war's soweit. Könnt ihr ja, wie gesagt, selber nochmal nachlesen. Links dafür in der Videobeschreibung, zum Kaufen, zu den Infos und natürlich auch zum CPSSL. Boom, neue Klamotten. Ha, es ist der nächste Tag und ich musste mich jetzt extra für die Abmoderation hier nochmal in die Kammer stellen. Was ich nicht alles tue für euch, ne? Gut, damit wisst ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid. Über das Rode NT-USB Mini. Genau dieses Ding hier. Das ist übrigens von der Seite so klingt und von hinten so. Und meiner Meinung nach eine ziemlich gute Umgebungsgeräuschdämpfung hat. Das ist einer der Vorteile dieses Mikrofons. Auch wenn es ansonsten irgendwie so hohl und basslos klingt. Naja, wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dahin, macht's gut.